einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar battlefield 1 in der open beta version so erst mal hier noch ein squad beitreten soll da wollen wir schauen wir haben ja schon ein paar runden habe ich schon gespielt oder einige runden jetzt hat man die zeit gehabt auch mal aufzunehmen euch nachkommen zeigt mal wie schlecht immer wieder bisschen shooter spielen so wir nehmen als erstes erstmal den scharfschützen wir gucken mal was mit scharfschützen sie so anrichten können ist sehr schwer mit scharfschützen allgemein ist das spiel wieder für mich viel zu schwer so wir gehen mal hier das auto rein aber so voll bis jetzt das auto und erst mal gucken dass man mal hier so ein checkpoint einnehmen ja okay alter wir stehen schon unter harten beschuss ich war also sehen du es nicht aber ich höre es hier ist ein schöner pack irgendwo hier mal hallo wo fährt er denn hin ich sehe überhaupt nichts dahinten läuft einer so haben wir jetzt eingenommen hier erst mal hallo ruhig braune so warte ich hier so ist hier wer komm einnehmen ob irgendwie ist er zu weit weg oder was was sind jetzt hier warum hast du das jetzt nicht eingenommen ist ja doof irgendwie schläft der fahrer alter ich gehe mal hier raus jetzt bin ich natürlich in der stadt das ist als scharfschütze ist nicht immer die geschlauste art und weise aber naja guck mal erst mal ob man hier dem was aus hätten ich glaube für mich wird schon geschossen wer waren das okay alles wieder gut scheiße ich bin aber auch schon ich treffe nicht okay scharfschützen sind jetzt nicht die besten werfen wir eine granade das war ein anderer scharfschütze du wichser gut scharfschütze es ist nicht so meins da kommen wir das mal hier b verteidigen einfach mal ein bisschen hallo komm mache danke irgendwo mal ein platz suchen wo man als scharfschütze nicht gleich so gesehen wird obwohl es leuchtet ja eh auf oh ja okay ich darf noch gar nicht mehr hin naja tschuldigung ist ja okay so guck mal ist hier wer schießt das schon wieder jemand dem ding hier auf uns alter die haben wir schon wieder volle wiss hier geben wir mal ein stück weiter vor we are losing objektiv was besen wir objektiv freddy hallo komm mal her kann man die nicht irgendwie raushauen aus dem auto ich dachte ich kann aus dem auto raushauen was ist das für eine scheiße so ja zweimal schon gestorben noch nichts erreicht geil läuft ja drecks scheiße mein team ist allgemein wahrscheinlich scheiße wenn ich mir so anguckt wie viel es steht hier schön alles kaputt gemacht soll denn das schießt hier schon wieder jemand auf mich oh da ist einer warte mal so wo ist er jetzt hin da ist er scheiße gibt's doch nicht so eine ich glaube ich sollte weg von dem scharfschützen gehen das läuft gar nicht komm ich will da hin junge mach ihn spaß die ja schön wir verlieren ja wieder schön auf die fresse geht mal wo ist denn der wichser hin treffer wo ist denn jetzt hin er versteckt sich ich glaube auf mich hat gezielt was ist denn los hier ziemlich aufmerksame leute hier schießt hier noch wer auf mich so krieg wir uns von hier an mal schauen ob das klappt b b wird eingenommen schauen wir mal nach d so was denn jetzt aber wie viel sind denn hier treffer die sau treffer so der ist weg scheiße ah ich treff mich schießt hallo leute leute so da drüben sind aber welche was man das jetzt natürlich ja klar 1 zu 4 ja ok wir nehmen wir den supporter er hat so ein schönes maschinengewehr damit kriege aber auch nichts gebacken ich sage er shooter spiele und ich werde glaube ich nie freunde die scharfschütze da drüben hat schon wieder auf mich abgesehen das habe ich genau gesehen so wenn man eine kanale aber aber verstecken so was jetzt hier mal kurz regenerieren hier das kann doch nicht wahr sein ich habe doch drauf geschossen junge mann 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 es gibt es doch in keinem russen film gibt es das hier komm wir gehen jetzt in den panzer lass mich rein hier hallo danke wo willst du denn hin es ist halt scheiße was so ein spiel muss was macht er hallo kannst du mal bitte sag mal ist der bist offen oder was du willst was machst du denn hallo fährst du mal weiter du affe gott was macht er denn alles klar ich hätte es lassen sagen bei dem einzusteigen da kann ja überhaupt nichts ja der hat uns gleich fertig gemacht so nehmen wir mal hier ein oder was zack so will ich das haben hier 2 zu 5 ei 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 schieß vom auto los komm her scheiße ok sterbe noch lebe ich ich wo ist hier einer ah regeneration ja mal hier ein bisschen entdeckung gehen und mal kommt oh shit wir haben objektive butter warum kann man die denn nicht einnehmen hier die dinge hallo lass mich rein hallo aber wir gehen mal an das ding hier ist kaputt scheiße aber oh shit oder sei nach hallo hallo obsy objektiv freddie so was jetzt mit dir hier da ist noch irgendwo jemand immer noch der panzer wahrscheinlich Wir haben objektive Apples verloren. 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 Wir haben objektive Apples genommen. Warum springen wir nicht durch das Fenster? Wir haben objektive Apples genommen. Wir haben objektive Apples verloren. Schnell weg hier. Aber ich habe keine Munition mehr, ist die Scheiße. Wir haben objektive Apples genommen. Wir haben objektive Apples genommen. Wir haben objektive Apples verloren verloren. Wir haben objektive Apples verloren verloren. Da ist einer. Der war nicht getroffen. Der auch nicht. Wir haben objektive Apples verloren verloren. Ich weiß noch nicht so richtig, wie man hier schießt mit dem Scharfschützen. Das gibt es doch nicht. Jetzt habe ich am wenigsten mal getroffen. Wo kriege ich denn jetzt hin? Ah, den Hammer. Ah, den Hammer. Sauber. Da ist noch einer. Ne, den Hammer nicht. Den Hammer getroffen. Und den Hammer tot. Jawoll. Pistil. So. Da hinten läuft noch einer. Ich sehe ihn nicht. Oh, der sitzt jetzt hier. Oh, ich glaube den hat erledigt. Ist da einer mit Pferd? Oh, jawoll. Mit der Pistil, Junge. Wir verlieren objektive Buster. Noch mehr? Wo ist denn noch hier wer? Hallo. Ah, da. Scheiße, aber den kann ich nicht kaputt machen. So komm, wir führen gerade Leute jetzt. Reißt euch am Riemen hier. Was ist denn jetzt hier mit A? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Au, au, au. Ja, meiner. Habe ich Leute, hab ich. Ah ne. Leute, bleibt cool. Nicht killen lassen. Nicht killen lassen. Zack. Oh shit. Oh, den haben wir noch getroffen. Und gewonnen. Jawohl. Das hätte ich nicht gedacht. Huh. Knappes Ding nur. Wie haben wir jetzt denn hier noch? War ich denn noch einigermaßen gut? Na ja, den Highlights bin ich nicht dabei. Das hätte mich jetzt auch stark gewundert. Squad Zimmer. Na ja, okay. Ja, LED-Aufstieg wollen wir nicht. Wie sieht's denn Squadboard aus hier? Oh, nur 13. Aber 9 zu 6 KD, das ist doch einigermaßen noch in Ordnung. Ja gut. War doch gar nicht dann so schlecht. So scheiße wie wir angefangen haben. Ist es doch einigermaßen noch besser geworden. Ich würde sagen, ich nehme vielleicht nur eine Runde auf. Oh, ja, ja, komm. Ich nehme vielleicht nur eine Runde auf. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht mal einen Medic benutzen. Oder den Assault. Oder... Haben wir noch einen? Ne, ich glaub die... Dann haben wir alle genommen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich hoffe, euch hat's trotzdem ein wenig gefallen. Auch wenn ich Noob bin. Ihr könnt mir aber auch gerne Tipps und Tricks schreiben. Bin ich sehr dankbar für. Gerade beim Scharfschützen so ein bisschen... Ich weiß noch nicht. Da hab ich noch nicht so einen welchen Trick raus. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss!